Warum sagen wir la ilaha illallah? Warum sagen wir nicht Allah la ilaha gairo? Warum ich muss diese erstmal leugnen, alle falschen Güten und dann bestätigen, dass es keiner außer Allah gibt? Weißt du warum, Bruder? Weil die Tauhid ist rein, Bruder. Weil die Tauhid ist rein und er kommt nur in einem sauberen Herz. Was sagen die Gelehrte? La ilaha takhliyah. Entlies alles, was in deinem Herz von Jahiliyah, von Kufr, von Shirk, alles. Dann kommt die Tauhid, illallah, die nur, die Licht, die nur kommt in deine Brust. Dann liebst du mir diese Wort, Bruder.